Bevor das heutige Video startet, hier noch eine kurze Randinformation. Irgendwie hatte ich absolut keine Lust darauf, immer nur Fragen zu einer bestimmten Thematik rauszusuchen, also habe ich mich für die heutige Folge von Tommy hilft einfach mal probeweise dazu entschieden, Fragen jeglicher Art zu beantworten, die ich in den großen Weiten des Neulands gefunden habe. Wenn ihr ein Problem damit haben solltet, dann könnt ihr dies gerne auf ein kleines Blatt Papier schreiben, mit Vaseline einreiben und es euch anschließend rektal einführen. Äh, und dann... ...wird es bei der nächsten Beichte schon irgendwer finden, den es interessiert. Fangen wir an. Meine Freundin ist extrem schön, aber dumm. Was soll ich ihr sagen? Seit sechs Jahren bin ich mit ihr zusammen und alle meine Freunde stehen auf sie, nur ich nicht mehr, obwohl wir seit sechs Jahren ein Paar sind und sie macht alles mit mir und ist eigentlich perfekt, aber ich mag sie nicht, weil sie einfach dumm ist. In Mathe eine 5. Wie sage ich ihr, dass ich keinen Bock auf sie habe, weil sie dumm ist? Soll ich ihr sie ins Gesicht sagen oder wie? Okay. Also mal abgesehen davon, dass Schulnoten in einzelnen Fächern meiner Meinung nach nichts über die tatsächliche Intelligenz eines Menschen aussagen und du deine Ansichten diesbezüglich bei deiner mangelhaften grammatikalischen Fähigkeiten eventuell noch einmal überdenken solltest, so ist Schlussmachen mit dummen Menschen tatsächlich gar nicht mal so leicht. Denn mit dummen Menschen verhält es sich ähnlich wie mit den Toten im Film The Sixth Sense. Ich sehe dumme Menschen, aber sie wissen nicht, dass sie dumm sind. Wenn du deiner Freundin also einfach nur sagst, Sorry, aber ich habe Angst davor, dass Charles Darwin aus dem Grab steigt und mich mit meiner Blutlinie erdrosselt, wenn ich es wagen sollte, die Evolution zu hintergehen und mich mit einem Einzeller wie dir zu paaren, dann wird sie das vermutlich in etwa so sehr verstehen wie Stevie Wonder einen stummen Film. Folglich musst du deine Freundin dazu bringen, mit dir Schluss zu machen. Bestell dir also einfach eine mobile Wurstfachverkäuferin nach Hause und lass dich von deiner Freundin mit ihr im Bett erwischen und sag ihr offen ins Gesicht, Es ist genau das, wonach es aussieht, damit sie auch ja nicht auf die Idee kommt, dass sie nur Freunde sein könntet und sie auch ganz sicher mit dir Schluss macht. Zehn Kilo abnehmen in 30 Tagen? Hat irgendjemand damit Erfahrung gemacht? Ich bräuchte dringend Tipps und Tricks. Schon mal danke im Voraus. Nun ja, das ist tatsächlich relativ simpel. Steck dazu einfach deine Arme in eine Baumhäckselmaschine. Funktioniert wirklich! Daumen hoch! Allerdings kann ich dir von dieser Diätvariante dann doch nur abraten, da Blitzdiäten jeglicher Art im Großen und Ganzen auf Dauer nie sonderlich gut funktionieren und die meisten Menschen am Ende der Diät relativ schnell wieder auf ihr altes Gewicht zurückkommen, sobald sie in ihre alten Essmuster zurückfallen. Probiere es stattdessen einfach mal mit Sport und gesunder Ernährung. Ein erster Schritt wäre zum Beispiel, sämtliche Getränke einfach nur durch Wasser zu ersetzen, auf Süßigkeiten zu verzichten und anstelle des Autos einfach mal das Fahrrad zu benutzen. Ja, klappt wirklich, du... Ha, jetzt wird sein Fett auf jeden Fall schneller verbrannt, als er gedacht hätte. Wie beschäftigt ihr Kinder, die nicht in die Kita können? Meine Kinder sind nun seit Wochen at home. Ich hab mir viel einfallen lassen, um die beiden zu beschäftigen. Leider geben mir die Ideen aus. Was macht ihr so, um die Kids zu fördern und zu beschäftigen? Naja, mach es doch einfach so wie jede andere normale Eltern teil und setz die Kids vor Fortnite oder Call of Duty, wo sie mit ihren erfrischenden Pieps-Stimmen jedem anderen Spieler die tollsten Catchphrases ihrer Streamer-Idole ins Ohr kreischen können. Wie kann man die schönsten Frauen verführen? Mein Traum ist es, dass ich mit den schönsten Frauen der Länder schlafe. Ah, du willst also die Real-Life-Variante von Pokémon spielen und sie alle kriegen. Ich verstehe. Nun ja, lass es mich im Gamer-Jargon folgendermaßen formulieren. Als Mann kannst du deine Talentpunkte in drei verschiedene Skill-Trees investieren. Aussehen, Charisma und Reichtum. Um wirklich problemlos jedes weiblich anmaßende Individuum dazu bringen zu können, sich in dich zu verlieben, solltest du alle drei Skill-Trees bis zum Ende hin besetzt haben. Da das jedoch in den seltensten Fällen der Fall sein wird, reicht es oftmals jedoch auch aus, einfach genügend Geld zu haben. Äh, und wie werde ich reich? Ich fahre einen Toyota-Jarres und lache über zufällige Menschen im Internet. Sehe ich so aus, als würde ich wissen, wie man reich wird? Das ist so, als würdest du ein Crack-Junkie nach den aktuellen Knigge-Benimm-Regeln für gepflegtes Abendessen fragen. Oh, wobei ich mich mit Besteck richtig gut auskenne, ne? Also zuerst brauchst du einen Löffel und ein Feuerzeug. Nicht in die Disco gehen, schlimm. Hey Leute, ich, 16, war noch nie in einer Disco und möchte dort auch nicht hin, da ich einfach nicht der Typ dazu bin. Allein der Gedanke an die laute Musik nervt mich schon. Auch wenn bei uns irgendwelche Geburtstagsfeiern sind, finde ich das extrem nervig. Meine Mom wollte, dass ich am Samstag mit meinem Dad und mit meiner Schwester 30 in eine Disco gehe, wobei ich eh schon keinen Bock habe und dann auch noch mit meiner Schwester und meinem Dad. Was jetzt nicht heißen soll, dass ich mich für sie schäme, aber ich finde es eher unpassend, dort mit seinem Dad und seiner 14 Jahre älteren Schwester dort hinzugehen. Dann habe ich gesagt, dass ich das nicht will und meine Mom so, oh, du wirst mal total langweilig. Was hat das nicht in die Disco gehen mit langweilig zu tun? Nun ja. Eins sei mal direkt vorweggestellt, das nicht in die Disco gehen hat absolut nichts mit langweilig sein zu tun, sondern nur mit einem Menschen, der die richtigen Entscheidungen in seinem Leben trifft. Denn vertrau mir, du verpasst überhaupt nichts. Disco-Besuche spielen sich in den meisten Fällen nämlich wie folgt ab. Erstens, man geht zu Freunden vorglühen, weil man Discos im nüchternen Zustand absolut nicht aushalten kann. Zweitens, wenn es beim Vorglühen dann gerade richtig lustig wird, wird man dazu gezwungen loszugehen, weil man sonst nicht mehr in die Disco reinkommt. Und drittens, in der Disco angekommen, kämpft man sich dann durch komplett zugeschwitzte Menschenmassen, schreit seinen Freunden in die Ohren, weil man nicht normal reden kann, man ist permanent damit beschäftigt, irgendwen zu suchen, gibt übertrieben viel Geld für Getränke aus und freut sich im Endeffekt einfach nur darauf, endlich wieder nach Hause zu kommen und bereut, dass man das Vorglühen überhaupt verlassen hat. Also, triff einfach die richtige Entscheidung und bleibt zu Hause und hört ihr meine Podcasts an. So, kommen wir nun zur letzten Frage für heute, die mal wieder etwas für euch ist. Also, warum haben Eltern früher den Kochlöffel oder den Teppichklopfer zum Versohlen genommen? Wenn ihr eine Antwort wisst, dann schreibt sie doch gerne in die Kommentare und keine Angst, das nächste Video wird kein Tommy hilft mehr. Oh, schade, dabei hätte ich gerade echt Hilfe gebrauchen können. Tja, scheiße gelaufen, ne? Tja, scheiße gelaufen, ne? Tja, scheiße gelaufen, ne? Tja, scheiße gelaufen. Tja, scheiße gelaufen, ne? Vielen Dank.